Der Julia Fischer Club ist ein neuer Weg für mich und eine neue Herausforderung. Oft passiert es mir, dass ich einem Werk begegne, das ich meinem Publikum präsentieren möchte. Ich selbst kannte den Namen Manuel Quiroga nicht, bis ich ihn hier auf den Noten gelesen habe. Der Julia Fischer Club wird es mir ermöglichen, auf direkten Wege zu kommunizieren und mich mitzuteilen. Ich werde sie hinter die Bühne mitnehmen zu Proben und zu Begegnungen mit Kollegen. Ich möchte ihnen zeigen, was bis zu einem Konzert alles passiert. Und ich möchte mich gemeinsam mit ihnen auf die Suche nach neuem Repertoire begeben und regelmäßig exklusive Aufnahmen im Club herausbringen. Ich hoffe, dass daraus eine neugierige Gemeinschaft entsteht, die bestimmt viel Neues erleben wird. Klopfen